...einfach vermilz gebrauchen. Das sagst du mir. Hier, nimm eins. Bitte. Nimm die ganze Rolle. Das macht ein Goldstück. Was willst du noch? Blöder Arsch. Ich such den Schwertmeister von Milly Island. Trademark. Trademark. Den Schwertmeister von Milly Island, Trademark? Ich weiß nicht. Niemand kennt ihr geheim versteckt. Niemand außer mir. Ich müsste kurz hingehen und sie fragen, ob ich ihr den Weg zeigen darf. Ich glaube, ich könnte den ganzen Weg bis dahin wandern. Einmal. Bin gleich wieder da. Und fass ja nichts an. Okay, wir gehen gleich hinterher. Da unten ist er raus? Ja, da gleich hinterher. Dumm, die, dumm, die, dumm. Ja, dumm ist das passende Wort für den Kerl. Laufen, du, laufen. Laufen, du, ja. Mit Sneaky Music. Ich werde jetzt auch nicht zu schnell sein, dass er sonst gleich sieht. Ich denke mal, er ist hier festgegangen gelaufen. Ja, geht hier nicht anders. Ja, sollte. Geht so klippen. Geht so pfad. Okay. Da ist er. Da hinten. Wo ist er nun? War ich zu schnell? Nee, ich glaube nicht. Scheiße doch. Da. Geht so fach. Ich habe auf Guybrush jetzt geklickt. Okay. Ach du Scheiße. Ein ziemlich cooles Feature, muss ich sagen. Ja, das ist schon schlecht. Alter, wo läuft er denn hin? Ich fürchte fast, wir müssen uns den Weg merken. Oh, nein, 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 nein. Da lang und jetzt da hoch. Okay. Die Szene merken. Ja. Ah, und da ist die Schwertmeisterin. Die tanzt gerade. Ich bleibe lieber hier hinten und lausche. Hallo, Carla. Ich habe dir gesagt. Hau ab. Diesmal bin ich nur aus geschäftlichen Gründen hier. Dieser Junge kam in mein Geschäft und... Gib zu, du alter Lustmolch. Du erfindest immer neue Ausreden, um mich herzubelästigen. Ja, mein gemein schon. Hör auf damit. Mach wie eine Fliege und verschwinde. Jemand könnte dir folgen und dann wäre ich eine weitere Touristenattraktion für Midi-Lyland. Na gut, das ist dann deine Sache, Baby. Ja, natürlich. Und Blut zwisch ab. Okay. Wollen wir uns echt schon mit der Schwertmeisterin annehmen? Nee, wir haben ja noch nicht trainiert. Das war eigentlich total dumm, was ich jetzt gerade gemacht habe. Naja, aber wir wissen jetzt immerhin schon mal, wo ihr Geheimfisch ist. Aber vielleicht können wir mit ihr reden oder so. Ja, dann lass mal mit ihr reden. Ich weiß nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass... Also ich glaube nicht, dass sie uns töten wird. Aber ganz ehrlich, ich brauche eine Pinkelpause. Saven hier mal kurz. Alles klar. Ja, auf. Zack. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. So, lecker, lecker gegessen. Jetzt geht's weiter. Ja. Wir wollten mit einer Schwertkämpferin, Schwertmeisterin reden. Ganz genau. Ich sitze schon langsam nicht mehr hin. Ich sitze schon so spät. Ach du schade. Wer wagt es sich dem Schwertmeister ohne Erlaubnis zu leben? Und eine Erlaubnis habe ich dir sicher nicht gegeben. Penner. Äh, ich bitte um Verzorgung, aber wir müssen reden. Mein Name ist Gabel Sch... Du bist des Todes. Hi, ich verkaufe diese tollen Lederjacken. Äh, ich finde, wir machen das mit den Lederjacken. Okay. Hi, ich verkaufe diese tollen Lederjacken. Hast du einen in Größe 48? Natürlich nicht. Was? Denn du bist gar kein Jackenverkäufer. Sei doch ehrlich. Du bist hier, um dich den Anführern zu beweisen, um eines Tages genauso vorzukommen, wie sie verkommen. Ja, das trifft den Jagel auf den Kopf. Nicht schlecht. Was war dein Abschluss in General Smirks Schwertkampfklasse? Äh, Abschluss... Klasse... Du willst ernsthaft behaupten, du willst es mit dem Schwertmeister von Millie Island, Trademark aufnehmen, bist wahrscheinlich der beste Schwertkämpfer in der ganzen Karibik, ohne eine einzige Gefechtstunde genommen zu haben? Ja. Wie zum Teufel willst du das anstellen? Äh, keine Ahnung. Ich verstehe. Offensichtlich nicht mit deinem eigenen Messerschaffenverstand. Ich empfehle dir dringend, General Smirks zu suchen und etwas zu trainieren. Es wäre weder ethisch noch sportlich oder gar interessant, mit jemand anderem der Ahnung so wie mit mir zu kämpfen. Also zäh los. Cool. Die Dialoge sind ein bisschen schnell in dem Spiel. Ja, leider. Ich weiß auch gar nicht warum. Aber wie ich bereits prophezeit habe, wir müssen erstmal ein paar Fechtstunden nehmen. Ich hab's gleich gewusst, aber nein. Was ist da denn durch den Wald gecreept? Das waren wir. Nein. Das waren wir. Kein Wurst. Äh, Schwert haben wir ja, dann gehen wir hier zu Hause. Genau, da müssen wir nochmal 30 Goldmünzen raushauen. Nö, haben wir gar nicht bezahlt. Nein, ich meine für die Fechtstunde. Achso, ja, wie viel haben wir eigentlich? Ups. Achso, hat er wieder mit dem Kopf genockt? Was willst du? Oh, du bist's. Dann lass mal dein Schwert sehen. Okay, sehen Sie mal. Ja, das ist ganz nett. Lass uns loslegen. Moment mal. Okay, du Weichling. Zieh dein Schwert und zeig, was du drauf hast. Bursche, du kämpfst wie ein dummer Bauer. Normalerweise verschwende ich meine Zeit nicht mit Ungeziefer wie dir. Aber durch diese Lechak-Affäre gehen die Geschäfte eher schlecht, also habe ich keine Wahl. Ich brauche das Geld. Ja, ich sehe, wir müssen ein paar spezielle Maßnahmen ergreifen. Nur damit du es weißt, das mache ich nicht mit jedem. Ich tue das wegen dieser speziellen Schüler-Lehrer-Goldstückbindung, die ich zwischen uns fühle. Ich lasse dich antreten gegen die Maschine. Maschine? Wird das wehtun? Geh auf mich los, keine Angst, du kannst mir nicht wehtun. Benutze deine Rückhand gegen die Vorhand. Vor, Angriff, zurück, parieren, Finte. Abstand, Abstand. Vor, Angriff, zurück, parieren, Finte. Nein, erst ausweichen, erst zustechen, dann ausweichen. Benutze deine Rückhand. Wenige Stunden später. Langsam kriegst du den Bogen raus. Noch ein paar Stunden später. Nicht schlecht, du bist gut in Form. Nun eröffne ich dir das wahre Geheimnis des Schwertkampfs. Schwertkampf ist ein wenig wie Liebe. Es sind nicht immer die Taten, sondern die Worte, die zählen. Jeder blöde Pirat kann ein scharfes Stück Metall durch die Luft schwingen. Aber diese Profis, die erledigen ihre Gegner mit einer Beleidigung. Eine, die sie völlig aus der Fassung bringt. Siehst du, Bursche, dein Verstand muss doppelt so scharf sein wie dein Schwert. Lass es uns mal ausprobieren, ja? Okay. Stell dir folgendes vor. Wir kämpfen ungestimmt gegeneinander, so wie Carla und ich damals in Port Royal. Es gibt eine kleine Pause im Kampf und dein Gegner sagt, du kämpfst wie ein dummer Bauer. Dann antwortest du mit, du kämpfst wie eine Kuh. Wo ist das? Sie müssen mich wechseln, ich bin kein Bauer. Das kann mich nicht schrecken. Deine Mutter aber auch. Ach ja? Ja, machen wir das mal. Ich sehe, wir müssen noch eine Menge lernen. Du solltest antworten mit etwas wie, wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Sag ich doch. Verstanden? Dein Messer ist es messerscharfer gesandt. Verstand er, den Kampf gewinnt. Probieren wir es nochmal. Stell dir folgendes vor. Du stehst mit dem Rücken zur Wand. Mein Schwert hat dir zwei Schnitte im Gesicht verpasst. Ich sage, mein Schwert wird dich durchbohren wie ein Schaschlik. Du antwortest mit. Deine Mutter aber auch. Das kann mich nicht schrecken. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Anklicken. Mann! Nimm dir vielleicht eine andere Ecke auf deinem Map. Stinkender Pirat. So, jetzt. Laufhalt dran vorbei. Blutrüstiger Pirat. Ne, ich denke, es stinkt mir. Ja, was willst du, du Dreckschrubber? Hast du das natürlich schon mal bemerkt, wie ähnlich alle die Straßen sind? Mein Name ist Galbra Freeport. Du bist des Todes. Jo. Äh, Junge, bist du hässlich? Junge, bist du hässlich? Allein er versucht mich so zu beleidigen, ist beleidigend. Menschen fallen mir zu Füßen, wenn ich komme. Äh, ich schaudere, ich schaudere. Ich bin besser als du. Äh, könntest du das bitte wiederholen? Ich gebe auf, du hast gewonnen. Ich beleidige ihn mal. Äh. Nimm mal, wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Jeder hier kennt dich doch als unerfahrenen Dummkopf. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Verdammt. Nein, ich lebe auf. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Okay, wir brauchen Konter dafür, aber. Oh Mann, ich hasse diese Karten. Gib mir den. Oh, ist das wichtig? Hey, hoffentlich ist es wichtig. Ich habe den falschen Piraten genommen. Blut, richtig ist der. Mein Schmerz wird dich aufspießen wie ein Schaschlick. Ich schaudere, ich schaudere. Oh yeah, yeah. Menschen fallen mir zu Füßen, wenn ich komme. Ich schaudere, ich schaudere. Mann, der soll mal kontern, ey, ohne Witz. Jeder hier kennt dich doch als unerfahrener Dummkopf. 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 So schade, dass dich überhaupt niemand kennt. Okay, dann haben wir den Konter schon. Er hat gekontert. An deiner Stelle würde ich zur Landrate werden. Äh, oh ja. Ein Schwert würde ich auch spießen wie ein Schaschlick. Oh, das hatten wir. Moment. Da haben wir irgendwie... Dann mach damit nicht rum wie mit einem Staubwiedel. Genau. Alter, das ist ja ein Gefecht. Ja. Oh, ich gebe auf. Du hast gewonnen. Sehr gut. Den haben wir schon mal. Hier ist noch einer. Na komm, gehen wir. Okay. Nein, da bist du wieder an der... Na... Ja, oh, verdammt. Ich will doch nur kämpfen. Ich will nur spielen. Den nehme ich den da oben. Ich will kämpfen. Oh, Kollege. Der Headbreaker hat einen Zweikampf mit der Maus. Ja, ich klicke doch blutrünstig. Geh doch. Geh mich aus dem Weg oder ich schneide hier durch. Mein Name ist Geilber Spielbord. Du bist des Todes. Mein Schwert wird dich aufspießt wie ein Schaschlik. Oh, ja? An deiner Stelle würde ich zur Landratte werden. Oh, ja? Junge, bist du hässlich. Da haben wir den Konter schon, oder? Ja, ich glaube, ja. Ganz wie ein dummer Bauer haben wir auch schon. Menschen fallen mir zu Füßen, wenn ich komme. Das haben wir noch nicht. Auch bevor sie deinen Atem riechen? Oh, yeah. Eine Fuchzelei hat nichts mit der Fechtkunst zu tun. Ich bin besser als du. Du hast die Manier an eines Bettlers. Äh, ich schaudere. Ich schaudere. Oh, verdammt. Dreckige Pirat. Dreckige Pirat. Komm her. Arschloch. Hallo. Wat wisst du, Dreckschroher? Mein Name ist Geilber Spielbord. Ach, du stirbst. So. Äh, an deiner Stelle würde ich zu Landratte werden. Ähm... Hattest du das nicht vor kurzem gezahnt? Oh, der hat gekontert. Der hat gekontert, weil jetzt haben wir den Konter auch. Eine Fuchtelei hat nichts mit der Fechtkunst zu tun. Äh. Äh. Warte mal. Hatten wir den Konter haben? Wir locken nicht. Glaube nicht. Nee. Scheiße, ich hole. Hättest du das vor nicht verpassengetan, ob wir sie dann anholen werden. Ähm. Oh ja. Oh ja? Oh ja? Niemand wird mich verlieren sehen. Du auch nicht. Wie passend. Du kennst mir eine Kuh. Verdammt. Autsch. Machen wir noch ein paar mehr Konter. Das ist in dem Fall. Na komm, sprich. Hey, hoffentlich ist es wie schisch. Geil, bei Freeboot, du tot. So. Ähm. Den hatten wir schon. Ja, niemand wird mich verlieren. Ja, den haben wir noch nicht. Du kannst so schnell davonlaufen. Okay, damit haben wir... Mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Bin besser als du. Du kennst wie ein dummer Bauer. Den hatten wir. Ja. Wie passen. Wie passen. Du kennst wie eine Kuh. Nimm noch. Ach nee, gar nicht. Du hast die Manieren eines Bettlers. Den hatten wir auch noch nicht. Ich wollte, dass du dich wie zu Hause fühlst. Okay. Damit haben wir den auch. Ja. Ja. Du willst jetzt aber auch noch die Antwort auf das Ding mit dem Taschentuch. Ja. Ich krieg bloß den festlichen Piraten hier nicht. Ei, hoffentlich ist es wichtig. Tod. Mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. Also hast du doch den Job als Putzer gekriegt. Geil. Niemand wird mich verlieren sehen. Du auch nicht. Jetzt kommt dieses... Du kommst... Du kannst so schnell rennen. Das war da oben gerade. Du kannst... Du kannst so schnell davonlaufen? Menschen fallen mir zu Füßen, wenn ich komme. Auch bevor sie seinen Atem riechen. Du bist kein echter Gegner für mein geschultes Hirn. Oh, den haben wir noch nicht. Nein. Ich warte, dass du dich wie zu Hause fühlst. Schade, dass dich überhaupt niemand kennt. Ich bin besser als du. Nein. Ich schaue da rein. Ja. Wo ist mein Schwert? Geil. Dann haben wir gleich einen, den wir den Piraten offentlich an den Kopf werfen dürfen. Tod. Haben wir irgendwas, was wir noch nicht benutzen? Ja, das Gehirn jetzt gerade eben. Menschen fallen mir zu Füßen, haben wir. An deiner Stelle würde ich zur Landratte werden, haben wir auch. Mit meinem Taschenbuch haben wir auch. Mein Schwert würde dich auch spießen, wie ein Schaschläck haben wir auch. Niemand würde mich verlieren sehen, du auch nicht, haben wir auch. Du kämpfst wie ein dummer Bauer, haben wir. Den haben wir nicht. Jeder hier kann... Du bist kein echter Gegner für mein geschultes Gehirn. Den hier, den brauchen wir noch. Du hast die Manieren eines Battlers? Haben wir den? Das weiß ich nicht. Ähm... Du schimpfst... Du schimpfst dich an Piraten? Okay. Nimm das mit dem Gehirn. Ja, du bist kein echter Gegner für mein geschultes Gehirn. Oh ja? Ah, okay, darauf gibt's scheinbar keinen. Doch. Gibt's einen. Es gibt zu jedem einen. Niemand wird mich verlieren sehen. Du auch nicht. Du kannst so schnell davonlaufen. Warum nimmst du eigentlich meinen Guidebrush? Tut mir leid. Ich kenne einige Affen, die haben mehr drauf als du. Also hast du doch den Job als Putzer gekriegt. Ähm... Dein Schwert hat schon bessere Zeiten gesehen. Dann mach nicht damit rum, wie mit einem Staubwedel. Passt auch nicht. Ja, es ist... Zwei Neukunter. Ach Gott, sind das viele. Ja. Geh mich aus dem Weg oder ich schneide hier durch. Entschuldigung. Oh, fuck. Er klickt. Ich will den Blutunzipien hier. Wann willst du so, Rexchoa? Tot. Freeboot. Fertig. Los geht's. Ähm... Wir haben gerade eben zwei neue Konter. Du bist kein echter Gegner für mein geschultes Gehirn. Erstmal mach mal die... Du hast die Manieren eines Battlers. Vielleicht. Den hatten wir noch nicht. Doch, die Konter haben wir schon. Ja? Okay, gut. Du bist kein echter Gegner für mein geschultes Gehirn. Ich bin besser als du. Sag ich doch, darauf gibt's kein Konter. Sollte es aber. Ich kenne einige Affen. Mach die... Oder die hier. Deine Fuchterei hat nichts mit der Fechtkunst zu tun. Doch, doch. Du hast sie nur nie gelernt. Siehst du? In meinem Taschenschuh werde ich dein Blut aufwischen. Ähm... Job als Putzer, das zweite. Also hast du doch den Job als Putzer gekriegt. Äh... Ich kenne einige Affen, die haben mehr auf... Ja. Mehr drauf als du. Ich bin besser... Ja, darauf kann ich... Und weg. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Okay, dann gehen wir jetzt zu Schwimmwasser. Sollen wir nicht erstmal wieder zu dem Kerl zurück? Nein. Okay. Na. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt gibt's das Battle. Fettes Battle, Alter. Fettes Battle, ey. Tanzt die da eigentlich rum? Ich hab keine Ahnung. Wer wagt es sich dem Schwertmeister ohne? Ach, du bist es wieder. Wann hat die eine männliche Stimme? Ach, du bist es wieder. Richtig. Ey, ich bitte um Verzeihung, aber ich will mich nicht reden. Mein Name ist Gabriel Schwieburt, du bist des Todes. Es geht nichts über Ehrlichkeit. Ich kann an deinem sarkastischen Lächeln sehen, dass du bei General Smirk trainiert hast. Und der Sportteil der Zeitung sagt mir, dass du nur zwei Kämpfe gewonnen hast. Fick dich. Fick dich, Schlampe. Der Sportteil der Zeitung, Alter. Fick dich. Bis zum nächsten Mal.